Hey Leute, was geht? Und heute eine neue Episode mit Karl und Max. Hier Leute, wir übernachten gerade in einem Auto. Es ist stockdüster. Wir sind vorhin im Lügen hier. Hier braucht man auch keine, wenn man hier fährt in der Limousine, braucht man keine, ähm, braucht man keine, wie heißt es, keinen Anschnaller, weil hier ist gesichert. Also normalerweise ist hier noch sowas toll, da ist gesichert, da ist gesichert. Und hier ist Airbag in den Sitzen, steht auch in den Schildern. Ist im Schilder dran. Ja, also Leute, und ihr wisst, es ist so düster, kann man überhaupt erkennen. 30 Uhr, Leute. Machen wir uns ready für 24 Uhr. Oh, jetzt ist wieder, mach Licht an. Pruddy. Also Leute, ich kann das Auto nicht ausmachen. Kacki. Mach das Auto doch aus. Filmst du noch? Mhm. Ich kann das Auto nicht machen. Ey, Lloris. Mach's aus. Hä? Mach's einfach aus. Hä? Nee, weißt du? Ich würde sagen, das war es mit der ersten Episode. Nur mal so eine kleine Sache. Halt. Und ich würde sagen, wir rufen jetzt mal meine Eltern an. Und dann, ciao. Hau doch rein. Peace.